5.000. 6.500. Ach, Colin, für mehr kann ich nicht garantieren. Da aber die Normalbelastung bei Umrechnung auf diesen Querschnitt 6 Kilo nicht überschreitet, so bleibt immerhin eine über 13-fache Sicherheit. Bitte schön, der Draht hat unbeschadet die Beanspruchung überstanden. Ich glaube kaum, dass in irgendeinem anderen Land ein Material hergestellt werden kann, das eben so geschmeidig und so fest, so leicht und so relativ billig herzustellen ist. Wenn das Geheimnis der Legierung gewahrt bleibt. Dafür haben wir Vorsorge getroffen. Ich glaube, Herr General, dass ich nun das mit Dr. Helmers spreche? Selbstverständlich, lieber Burger.